Fetisch Zukunft – Utopien der dritten Dimension Mein Name ist Agnes Bittmann, ich bin die Leiterin der Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit am Zeppelin-Museum in Friedrichshafen und ich freue mich sehr, heute ein Gespräch mit Christian Reuter führen zu dürfen. Christian Reuter ist Professor an der TU Darmstadt und leitet dort den Forschungsbereich PSEC, das heißt Wissenschaft und Technik für Frieden, also Peace und Sicherheit, also Security. Lieber Herr Reuter, zuerst einmal freuen wir uns sehr, dass wir Sie zu diesem Gespräch begrüßen dürfen und würde gerne mit der Frage beginnen, ob Sie vielleicht eingangs einfach mal erklären könnten, was sich hinter diesem Begriff PSEC, den ich jetzt nur ganz grob angerissen habe, genau verbirgt und mit welchen Forschungsfragen Sie sich dort befassen. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen was über unsere Arbeit erzählen kann. PSEC, ja wie schon gesagt, das steht ja für Peace and Security oder Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit und wir sind ein Lehrstuhl in der Informatik, wo genau die Bedeutung der Informatik für Frieden und Sicherheit untersucht wird. Das heißt, in der Schnittmenge von der Informatik und der Friedensforschung ergeben sich unserer Einschätzung nach viele Forschungsfragen, die es wert sind, untersucht zu werden. Beispielsweise sind das Themen wie Friedensinformatik und technische Friedensforschung, also welche technischen Maßnahmen werden im Kontext eines Cyber Wars getroffen und inwiefern ergeben sich dort Herausforderungen auf der einen Seite für die IT-Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch für die Friedens- und Konfliktforschung. Andere Überlappungsbereiche sind sowas wie Kriseninformatik und Information Warfare, also etwas weniger technisch, wo es insbesondere dann darum geht, wie beispielsweise Meinungsmanipulation und Fake News in sozialen Medien nachvollzogen werden können, aber auch welche Interaktionslösungen den Bürgerinnen und Bürgern helfen können, diese zu erkennen. Also nicht nur technisch sie wegzusperren und zu löschen, sondern eben auch sie, ja, kritisches Nachdenken über den Medienkonsum anzuregen. Und der dritte Bereich, den wir adressieren, das ist benutzbare Sicherheit und Privatheit. Also welche Sicherheitsmechanismen werden nicht nur technisch sicher umgesetzt, sondern eben auch so gestaltet, dass sie gut nutzbar sind und, ja, es nicht am Faktor Mensch am Ende scheitert. Ja, das ist schon mal sehr interessant. Der Faktor Mensch, auf den werden wir im Lauf des Gesprächs auch sicher immer wieder zu sprechen kommen. Wir führen dieses Gespräch ja auch im Kontext unserer Ausstellung Fetisch Zukunft, die ja unterschiedliche Kapitel hat. Und das Kapitel, mit dem jetzt unser Gespräch am meisten assoziiert ist, ist natürlich dann eben das Thema Frieden. Und der Faktor Mensch im Hinblick auf Frieden und technische Entwicklung, das ist sicher was, was wir immer wieder jetzt in diesem Gespräch gemeinsam besprechen werden und versuchen, vielleicht diese drei großen Bereiche, zu denen Ihre Forschung sich hauptsächlich bewegt, auch abzuschreiten. Zunächst mal fand ich es ganz interessant, dass Sie ja eben selbst auch gerade nochmal gesagt haben, dass es ein quasi eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung ist aus Informatik und Friedens- und Konfliktforschung. Wo sehen Sie denn persönlich an dieser Schnittstelle den Vorteil von einem Zusammenspiel von Informatik und Geistes- und Gesellschaftswissenschaften? Kann das vielleicht den Blick noch umfassender, ganzheitlicher auf die Probleme oder die Fragestellungen machen? Oder wo sehen Sie den Mehrwert dieser interdisziplinären Arbeit? Der interdisziplinäre Mehrwert ist in gewisser Weise ja, dass wir versuchen, in der Lage zu sein, Brücken zu gehen. Denn viele der Herausforderungen, die wir adressieren, sind keine originären Informatik-Herausforderungen, sondern Herausforderungen eben aus der Friedens- und Konfliktforschung. Also es geht zum Beispiel darum, wie Cyberabrüstung gelingen kann. Da macht man sich ja aus der technischen Perspektive erstmal gar keine Gedanken drüber, sondern man macht sich vielleicht Gedanken aus der Perspektive der Friedens- und Konfliktforschung, weil das eben ein aktuelles Thema ist. Und wir sind dann eben in der Lage, diese politikwissenschaftliche Fragestellungen aufzugreifen und zu überlegen, was kann man denn aus der Cyber-Sicherheitsperspektive damit machen? Welche Methoden aus der IT-Sicherheit oder der Mathematik kann man anwenden, um dieses politikwissenschaftliche Problem zu adressieren? Wo ja auch quasi beide Arten der Kompetenzen nötig sind. Zum einen die Fragestellungen zu verstehen und herzuleiten und dann eben die Brücke zur IT-Sicherheit zu gehen, um mögliche Lösungen zu konzipieren. Cyber-Abrüstung klingt ja jetzt schon mal wahnsinnig spannend. Wie kann Cyber-Abrüstung denn funktionieren und was impliziert denn die vorherige Cyber-Aufrüstung, die ja von Nöten sein muss, um dann eine Abrüstung in die Wege zu leiten? Genau. Ich meine, Cyber-Aufrüstung ist ganz natürlich in den ganzen letzten Jahren erfolgt und auch seit mittlerweile fünf bis zehn Jahren ist ja in jeder oder haben alle Militärs auch dezidierte Bereiche für Cyber. Das heißt, es wird der Cyber-Bereich gescreent, es wird geschaut, was dort abläuft. Es wird mitunter auch in andere Systeme eingedrungen. Und was auch gemacht wird, ist, es werden eben Schwachstellen eingekauft. Denn also erstmal muss man sich die Frage stellen, was ist denn eine Cyber-Waffe im Gegensatz zu einer konventionellen Waffe? Und eine konventionelle Waffe ist irgendwas Physisches, was ich anpacken kann, was ich zählen kann, was ich vielleicht auch, ja, inspizieren lassen kann. Und ist die Frage, ist eine Cyber-Waffe das Gleiche? Wahrscheinlich ist es das nicht. Denn eine Cyber-Waffe ist eigentlich die Kenntnis über eine Schwachstelle in einem System und Code, welches diese Schwachstelle ausnutzen kann. Und das kann natürlich sehr, sehr klein sein und sehr gut versteckbar sein. Und insofern klappt eine Cyber-Abrüstung jetzt nicht dadurch, dass ich, ja, gegenseitig mich inspizieren lasse und schaue, ob ich abgerüstet habe oder so, sondern ich muss ein, ja, Mittel und Wege finden, diese Schwachstellen zu vergleichen und so eindeutig zu vergleichen, dass beispielsweise die Überlappungen in Waffenarsenalen kontrahierender Parteien sichtbar werden, ohne dass ich mir in die Karten gucken lasse. Und das sind dann eben Dinge, wo man sagt, ja, Vorgehensweise aus der klassischen Rüstungskontrolle lassen sich eben nicht eins zu eins in den Bereich der Informatik übertragen, weil dort eben alles Virtuelles und ganz anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Jetzt stehen wir ja aktuell und auch unser Gespräch unter dem Eindruck des ersten Jahrestages des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, das ja auch in vielerlei Hinsicht ein Informationskrieg ist. Wie steht es denn aus Ihrer Sicht um Frieden und Sicherheit in Europa gerade aktuell? Ich meine, vor dem Hintergrund des Kriegs in Europa, in der Ukraine, muss man natürlich sagen, steht es dort eher schlecht. Also zumindest herrscht ja gerade Krieg in Europa. Bezogen auf die Bereiche, die wir in der Forschung vertreten, also ja, die Informatik und den Cyberfrieden und den Cyberkrieg, muss man sagen, dass das etwas weniger ausgeprägt war, als viele Beobachter im Vorfeld vielleicht gedacht haben. Es liegt natürlich auch daran, dass wenn ein auch physisch beobachtbarer Krieg herrscht, ja, viele Zerstörungen vielleicht auch einfacher mit Raketen zu erzielen sind, als sie dann doch über den Cyberbereich möglich sind. Man muss sich aber immer noch vergegenwärtigen. Ich meine, das passiert auch im Cyberbereich sehr, sehr viel. Missinformationskampagnen sind fortlaufend unterwegs und auch wird fortlaufend in andere Systeme eingedrungen und probiert, was möglich ist. Und es gibt natürlich ein paar Eigenschaften des Cyberspaces, die dazu führen, dass diese Aktivitäten auch, ja, fortlaufend durchgeführt werden, ohne dass es ja den speziellen Kriegszustand bedarf. Denn es ist im Endeffekt sehr wenig nachweisbar oder häufig nicht eindeutig nachweisbar, wer irgendeine Handlung getätigt hat. Konventionelle Angriffe kann ich beobachten und sehe dann, aus welcher Himmelsrichtung das kommt. Und das funktioniert bei Cyberangriffen eben nicht im gleichen Maße. Gleichermaßen sind manche Cyberwaffen, ich hatte ja gerade schon gesagt, das sind im Prinzip Schadcode und die Kenntnis über eine Lücke, die ich jetzt ausnutze, die sind eben auch nicht nur von Staaten beherrschbar. Also auch andere Organisationen oder Individuen wären grundsätzlich in der Lage, diese auszuführen. Und dementsprechend bleibt es manchmal unklar, wer tatsächlich dahinter steckt. Und ist das eine Entwicklung, von der Sie sagen würden, dass die zunimmt? Also ich kenne allein jetzt im privaten Umfeld oder auch aus beruflichen Kontexten immer mehr Versuche, Websites zu kidnappen und all solche Dinge. Das ja, was höchstwahrscheinlich ja von nicht staatlichen Organisationen durchgeführt wird. Also sehen Sie da so eine Kriminalisierung voranschreiten? Also, dass über das Internet auch betrogen wird und auch Angriffe passieren, das ist glaube ich schon seit Längerem der Fall. Also auch sehr große IT-Systeme verzeichnen extrem viele Angriffe. Die meisten so unerfolgreich, dass sie einfach an der Firewall stehen bleiben. Man kann auch mal tracken, wie viele Login-Versuche es gibt bei großen Systemen und wird auch feststellen, es gibt eben sehr, sehr viele. Und das können nicht nur die Personen sein, die ihre Passwörter vergessen haben, sondern es können auch dezidierte Angriffe sein. Man kann, glaube ich, immer noch unterscheiden, ist das jetzt ein Angriff, zu dem eigentlich jeder in der Lage ist? Also man versucht, sich irgendwo mit einem anderen Passwort einzuloggen oder versucht, bei einem Provider die Website zu übernehmen, um dann eine Falschnachricht darauf zu verbreiten oder den Twitter-Account eines Akteurs zu übernehmen. Das passiert sicherlich ganz häufig. Und dann gibt es die anderen Systeme, wo sich quasi mit sehr langer Vorplanung in Systeme hineingekämpft wird und ja, dann etwas platziert wird, was auf Knopfdruck aktiviert werden kann. Und das braucht natürlich sehr, sehr große Vorbereitungen. Aber ich glaube, der Cyberspace ist und war immer unsicher und es rückt natürlich jetzt vielleicht noch mehr in den Vordergrund und wird ernster genommen als noch vor einigen Jahren. Auch vor dem Hintergrund jetzt nicht nur kriegerische Handlungen im Cyberspace, sondern auch so Aktivitäten wie die Angriffe auf Krankenhäuser, die ja eher kommerziell motiviert waren. Das heißt, man könnte ja davon sprechen, dass Sie eben, wir beschäftigen uns hier im Museum sehr viel mit dem Weltraum, dem Space und Sie beschäftigen sich sehr viel mit dem Cyberspace. Wenn man das jetzt mal so in einen metaphorischen Zusammenhang bringt, drängt sich ja auch die Frage auf, ob der Cyberspace vielleicht auch als quasi neuer Weltraum begriffen werden kann, den es zu kolonisieren und auch zu kontrollieren gilt. Das hat Ihre Frage oder beziehungsweise Ihre Antwort ja jetzt auch so ein bisschen nahegelegt, dass es unterschiedlichste AkteurInnen gibt, die in diesem Raum, in diesem immateriellen Raum eben auch um Vorherrschaft, Vormachtstellungen und Einfluss ringen. Ja, schon. Ich meine, das ist alles, was man vielleicht sagen kann. Den Cyberspace schafft sich natürlich jeder selbst und jeder schafft sich dort einen weiteren Raum. Denn der Raum darin, das sind ja eigentlich die einzelnen Server, die ja klar jemandem gehören. Was natürlich versucht wird, quasi in andere Bereiche eben einzudringen und ja, dort Einfluss zu üben oder auch Einfluss einzuschränken. Wenn wir auf das Beispiel der, ja, Missinformation oder des Informationskriegs zurückkommen, da geht es ja auch darum, dass man entweder möchte, dass in einem speziellen Bereich die Leute andere Informationen, die ich dort streue, lesen. Oder es geht darum, beispielsweise der eigenen Bevölkerung gewisse Informationen vorzuenthalten und das Eindringen von außen durch Informationen zu erschweren. Insofern, ja, das sind die Aspekte, wo meiner Meinung nach dieser Vergleich passt. Ja, man könnte ja davon sprechen, dass es quasi mit der Informationstechnologie ja auch eine Art von Desinformationstechnologie gegeben hat oder der Weg dazu geebnet worden ist. Sehen Sie da eher positive oder negative Effekte in der Vergangenheit? Also das ist ja im Moment seit den letzten Jahren eigentlich mit dem Aufkommen des Brexit ein omnipräsentes Phänomen. Und sehen Sie diese Mechanismen zunehmen oder sehen Sie eigentlich auch eine zunehmende, ich sage jetzt mal Medienkompetenz der NutzerInnen, dass man eben auch über solche Mechanismen immer mehr Bewusstheit hat? Also es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist immer noch eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ja, manche Systeme machen es den NutzerInnen ja auch nicht einfach, das ja reflektiert zu prüfen. Man gerät ja häufig und sehr einfach in gewissen sozialen Medien in eine Filterblase. Das heißt, man schaut sich gewisse Videos an, man liest gewisse Posts und bekommt dann immer mehr aus dieser Richtung dargestellt. Und da kann es natürlich auch sehr, sehr einfach passieren, dass man in die Richtung sich verändert und ja noch mehr solcher Informationen liest, die man eigentlich gar nicht lesen möchte. Und es gibt natürlich auch ja Forschung darüber, was man machen könnte, um die NutzerInnen zu unterstützen. Und das sind nicht nur technische Maßnahmen, denn technisch könnte man sagen, okay, man hat identifiziert, dass diese Nachricht falsch ist, dass das Fake News ist. Und das heißt, wir löschen sie einfach heraus. Aber das würde auch dazu führen, dass sich Leute zu Recht bevormundet fühlen. Das heißt, die eher transparenten Mechanismen, die aufzeigen, welche Eigenschaften dieser Nachricht problematisch sind, warum die Nachricht vielleicht besonders reflektiert werden kann. Und ja, die Frage, ob man ihr denn jetzt glauben kann, das sind glaube ich Ansätze, die dort vielversprechend sind. Und wir haben auch Studien dazu durchgeführt, dass solche Mechanismen nicht nur effizient sind, also dass weniger Fake News geglaubt werden, sondern dass sie eben auch eine große Akzeptanz erfahren. Darum geht es ja auch immer, dass es nicht nur heißt, ja, okay, da möchte uns jetzt jemand glaubhaft machen, dass das Fake ist. Das heißt, ich glaube es jetzt umso mehr. Das ist ja auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Überdies glaube ich, dass bei Fake News ja gewisse Leute mehr und andere etwas weniger anfällig sind. Es gibt quasi Personen, die die Fake News eh nicht glauben würden. Die braucht man vielleicht gar nicht technisch oder anders unterstützen. Und es gibt andere Leute, die möchten die Fake News eh glauben. Die kann man auch vielleicht nicht mehr unterstützen. Aber die, die genau in der Mitte davon sind und vielleicht Herausforderungen bezüglich der Medienkompetenz haben. Laut Studien insbesondere natürlich Kinder, vielleicht ältere Personen oder Personen mit weniger Medienumgang. Die kann man vielleicht unterstützen und abholen. Das heißt, die Friedensbemühungen, die sie mit ihren Forschungsarbeiten leisten, die drehen sich natürlich jetzt nicht nur um Kriegsführung, sondern tatsächlich auch um solche Phänomene, wie sie gerade geschildert haben, wie können eben mithilfe technischer unterstützenden Mechanismen auch gesellschaftliche Spaltungsphänomene überwunden werden. Vollkommen. Also das ist im Prinzip die eine Seite des Spektrums. Und es geht natürlich dann auf der anderen Seite des Spektrums auch noch in Systeme, die man noch viel mehr der Kriegsführung zuschreiben würde. Beispielsweise die Debatte um autonome Systeme, die in Kriegen ja vermehrt eingesetzt werden, bei denen ja immer noch die Frage ist, ja, welche Rolle spielt denn der Mensch dort überhaupt? Ist es jetzt jemand, der das Ganze nur noch beobachtet und einschreiten kann? Oder haben Personen noch nicht einmal diese Rolle? Und die gesamte Entscheidungsgewalt liegt bei der Maschine. Was natürlich einige Implikationen hat, dass sich hinterher die Frage stellt, wer ist jetzt tatsächlich dafür verantwortlich? Jeder kann sich der Verantwortung ein Stück weit entziehen und auch andere Problematiken entstehen, selbst wenn ich noch einschreiten kann. Das ist dann, dass ich der Maschine vielleicht erst mal glaube und denke, wenn das jetzt vorgeschlagen wird, dieser Abschuss, dann wird die Maschine, dann wird der Algorithmus schon einen guten Grund dafür haben und dann schreite ich da einfach mal nicht ein, was unter dem Begriff des Confirmation Bias diskutiert wird. Verbunden dann noch mit Aspekten wie, ja, dass viele Algorithmen ja als Blackbox agieren. Also als einfacher Nutzer oder als einfache Nutzerin kann ich häufig gar nicht nachvollziehen, wie es zu einer Entscheidung gekommen ist. Und dann folge ich dieser einfach, ob sie jetzt gut oder falsch oder richtig oder ethisch abgewogen ist oder nicht. Das weiß ich im Endeffekt gar nicht. Das ist ja ein sehr spannendes Feld, weil natürlich damit, wenn ich das jetzt so aus einer eher leihenhaft interessierten Perspektive verfolge, drängt sich für mich dann natürlich der Eindruck auf, dass der Mensch seiner Hybris endgültig unterlegen ist, dass er meint, er könne Maschinen, technologische Entwicklungen kreieren, die dann eben, wie Sie ja auch gerade geschildert haben, zum Teil weder kontrollieren noch überhaupt verstehbar sind. Sehen Sie da eine eher positive, also nicht positive Entwicklung, aber eine Beherrschbarkeit gegeben oder sehen Sie das eher so, dass der Mensch quasi wie in vielerlei technischen Entwicklungen, man denke an Phänomene wie die Atombombe und so weiter, überhaupt gar nicht schon absehen kann, wohin diese Entwicklungen führen werden. Also ich glaube, ganz wichtig ist sich jeweils der Möglichkeiten bewusst zu werden. Natürlich ist es gut, glaube ich, technisch Technik für das einzusetzen, was sie machen kann und sich unterstützen zu lassen, denn nur dann wird man auch eine hohe Effizienz erreichen. Gleichermaßen ist das aber genau die Frage, ob man das durchblickt. Es gibt ja auch komplexe KI-Systeme, wie jetzt gerade aktuell in Diskussionen Chat, GPT. Viele werden es vielleicht schon genutzt oder was darüber gehört haben. Es ist ja ein großes Sprachmodell und ich kann was fragen und bekomme dann irgendwelche Antworten zurück, weil es auf unendlich vielen Daten gelernt hat und auch bei vielen allgemeinen Fragen relativ gute Antworten gibt. Aber was dort eben passiert, ist keine kreative Antwort, sondern es ist im Endeffekt nur reproduktiv. Das heißt, es wird nur mit Wahrscheinlichkeiten gehandelt und es werden wahrscheinlich gute Antworten gegeben. Ich habe das beispielsweise auch mal gefragt nach den Sehenswürdigkeiten einer Kleinstadt und dort gibt es einen Ort, der heißt Alte Burg. Das ist aber in Wirklichkeit gar keine Sehenswürdigkeit, sondern einfach nur weniger als eine Ruine, sondern nur noch ein Berg und man sieht gar nichts mehr. Es spielt gar keine Bedeutung. Gleichermaßen wurde das als eine der Sehenswürdigkeiten aufgenommen, weil es eben sehr wahrscheinlich ist, dass wenn ein Ort eine alte Burg hat, dass das dann eine der Sehenswürdigkeiten ist. Soll heißen, es ist wahrscheinlich, aber es ist nicht richtig und Wahrscheinlichkeit hilft mir eben auch nicht immer weiter, wenn es eigentlich auch logische Gründe dagegen gibt, warum etwas zu einer Kategorie gehören könnte oder nicht. Und ich muss mir eben bewusst sein, was die Maschine, was der Algorithmus kann und wo er große Unsicherheiten hat, denn er sagt es mir nicht immer. Er gibt mir immer eine vertrauenswürdige Antwort oder nicht vertrauenswürdige Antwort. Das ist eigentlich falsch. Er gibt mir eine selbstbewusste Antwort und wenn ich dem dann blind vertraue, dann bin ich manchmal auch verloren. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen und das ist natürlich eben auch ein sehr spannender Einblick, den Sie uns da geben. Ich würde jetzt gern nochmal zurückkommen, ein bisschen auf die tatsächliche Friedensthematik und jetzt haben wir uns ja gerade schon so ein klein wenig darüber ausgetauscht, inwiefern eben technische Entwicklungen immer auch mit so einer Ambivalenz versehen sind. Das fängt ja an, dass wir bei sehr, sehr vielen Programmen eine Dual-Use-Möglichkeit haben, dass sie sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann und man in irgendeiner Art und Weise möglichst effektiv einen Miss-Use vermeiden oder bekämpfen muss und geht weiter bis zu eben Phänomenen wie Drohnen und sonstigen, die eben genau für diese beiden Möglichkeiten eingesetzt werden können. Jetzt wäre meine Frage oder die Überlegung, welchen Beitrag Ihrer Meinung nach Technik im Allgemeinen oder die IT im Speziellen als Ihr Bereich leisten kann, um Friedensbemühungen voranzubringen? Also wo liegen da die spezifischen Potenziale, die Technik oder technische Entwicklung Ihrer Meinung nach bereitstellen? Ich meine, ein Bereich, Sie haben ja in der Frage schon angesprochen, ist natürlich der Bereich Dual-Use. Also das ist bei Systemen, klassischerweise hätte man gesagt, zivile und dann eben auch militärische Nutzungsmöglichkeiten gibt. Gerade in der Informatik ist es so, dass weniger zwischen zivil-militärisch, sondern eher zwischen Gebrauch und Missbrauch unterschieden wird, weil viele negative Nutzungsweisen nicht nur militärisch sind, sondern eben auch von Nicht-Militärs beherrschbar sind und sich sofern auch an anderen Dingen Probleme ergeben können. Ein Beitrag der Informatik könnte sein, dort eben in der Softwareentwicklung ja die Gedanken über mögliche Missbrauchspotenziale mehr in den Vordergrund zu rücken und die Verantwortung des Informatikers und der Informatikerin mit in den Vordergrund zu rücken, um sich während der Entwicklung beispielsweise einer Software, die beispielsweise ja Penetrationstesting macht, das heißt überprüft, ob Systeme sicher sind, Missbrauchspotenziale mitdenkt und vielleicht gewisse Entscheidungen dann in andere Richtungen trifft, sodass die Missbrauchspotenziale gar nicht nutzbar gemacht werden können. Also dass ich eben darauf achte, dass der Missbrauch unwahrscheinlicher wird, weil ich ihn von Anfang an vermieden habe. Das könnte ein Beispiel sein, ja, aus der Informatik. Ist denn da diese Verantwortung, die Sie gerade ansprechen, schon ausgeprägt oder wird die natürlich ja auch, gerade wenn Programme geschrieben werden, die sind ja meistens auch mit einem kommerziellen Nutzen verbunden, ist da auch, schlägt der Kommerz die Ethik, sagen wir es mal ganz provokativ, oder sehen Sie da das Potenzial schon gegeben, dass eben sehr verantwortungsvoll mit all diesen missbräuchlichen Möglichkeiten auch umgegangen wird? Also ich glaube schon, dass, was Sie gesagt haben, dass das derzeit stimmt. Also die Software in der Entwicklung wird insbesondere an den monetären Zielsetzungen entwickelt. Die Kernfrage ist eben immer auch, ob es honoriert wird, also ob man es gut findet oder ob es sogar vorgeschrieben ist, gewisse andere Perspektiven noch mit einzubeziehen. Beispielsweise kann das ja auch für Dinge wie Privatheit gelten. Also welche Daten werden von Nutzerinnen und Nutzern bearbeitet und verwendet und welche nicht und zu welchen Zwecken, solange das vollständig egal ist und auch, ja, kein Nutzer sich darüber beschwert, wird natürlich gemacht, was gemacht werden kann. Sobald es aber anders ist, dass es negativ ausgelegt wird, den Unternehmen, dass sie gewisse Dinge machen, werden sie ja auch versuchen, ihre Handlungsweisen zu verändern. Und es gibt auch Ansätze, dass in geförderten Forschungsprojekten gewisse andere Ziele, andere Werte, nicht nur die monetäre Verwertungsmöglichkeit, sondern eben auch Privacy, Frieden und so weiter einbezogen werden können, dass das eine große Rolle spielt und deswegen eben umgesetzt wird. Aber komplett freiwillig passiert das eben nicht. Es muss aus irgendeiner Richtung natürlich eine Notwendigkeit dafür geben. Ansonsten entscheiden sich nur die wenigen, die es sich vielleicht leisten können oder die selbst dahinter stehen dafür. Und wer installiert dann solche Kontrollmechanismen? Sind das staatliche Akteurinnen oder, ich sage jetzt mal, Unternehmensauflagen oder wie wird das Ihrer Meinung nach oder Ihrer Expertise, Ihrer Erfahrung nach implementiert? Also der Grundaspekt ist natürlich, dass es Teil des Entwicklungszykluses sein könnte, sich von Anfang an schon über mögliche Ungerechtigkeiten oder Missbrauchspotenziale Gedanken zu machen und diese mit auszuschließen. Es gibt ja bei manchen Arten und bei manchen Produkten auch Beschränkungen seitens des Staates, dass etwas nicht exportiert werden darf. Stichwort, ja, die Nichtverbreitung von gewissen Waffensystemen oder auch beispielsweise die Nichtverbreitung von starker Kryptografie, die lange Jahre ja eingeschränkt war. Und das heißt, es gibt sowohl staatliche Mechanismen, die aber dann eher ganz am Ende beim fertigen Produkt angesiedelt sind, als auch Mechanismen, die bei dem einzelnen Entwickler ziemlich früh im Entwicklungsprozess schon eingesetzt werden kann. Denn umso früher im Entwicklungsprozess ich mich befinde, desto mehr kann ich auch noch anpassen, sodass gewisse Szenarien gar nicht möglich werden. Was auch klar ist, bei Software gibt es natürlich sehr, sehr einfach im Vergleich zu anderen Systemen noch die Möglichkeit, gewisse Komponenten anzupassen und dann doch vielleicht wieder schädliche Mechanismen einzubauen und zu ermöglichen. Aber umso früher das am Anfang mitgedacht wird und vermieden wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann hinterher eben nicht gemacht wird. Ja, was ja auch ein sehr spannendes Spannungsfeld ist, in dem Sie sich bewegen mit Ihrer Arbeit, ist ja eigentlich immer die Dialektik von Freiheit und Sicherheit. Das hat man ja jetzt hier auch schon wieder mit angesprochen. Das schwingt ja eigentlich immer mit, denn je mehr Sicherheitsmechanismen eingebaut werden oder je mehr Sicherheit vorherrscht, desto eingeschränkter ist die individuelle Freiheit. Das haben wir spätestens alle am eigenen Leib während der vergangenen Jahre und der Pandemie in anderen Kontexten erfahren. Und da wäre jetzt meine Frage, wie lässt sich in diesem Spannungsfeld dann jeweils die beste Lösung aushandeln zwischen individueller Freiheit und Sicherheit? Wie kann man diesen Königsweg finden? Kann man da eine allgemeine Antwort oder einen Zugang beschreiben oder ist das immer von dem jeweiligen Problem abhängig? Das ist schwierig. Ich meine, die totale Sicherheit und die optimale Sicherheit im Netz wäre ja beispielsweise gegeben, wenn alles vollständig nachvollziehbar wäre und es überhaupt keinen Zweifel gäbe, wo etwas herkäme. Da könnte man sagen, das ist ja optimal. Gleichermaßen geht das ja damit einher, dass die Akteure, die unterdrückt sind, auch gar nichts mehr machen könnten, weil auch deren Handlungen vollständig transparent und nachvollziehbar wären. Also das wäre wahrscheinlich etwas, wo man sich auch nicht mit zufrieden geben könnte, weil es eben auch der totalen Überwachung gleichen würde. Das andere Gegenbeispiel. Jeder kann machen, was er möchte. Man kann in keiner Weise nachvollziehen, wo etwas herkommt. Das ist auch sehr, sehr unzufriedenstellend. Also insofern wird man sich auch dort wieder irgendwo in der Mitte einpendeln. Und es gibt ja auch ganze Systembereiche, die genau aus diesem Grund, weil es vielleicht noch zu stark kontrolliert ist, geschaffen wurden. Wir schauen uns beispielsweise das Darknet an. Sicherlich passieren da sehr, sehr viele negative Dinge im Handel von Waffen und so weiter. Und das sind sehr, sehr problematische Nutzungsweisen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch positive Nutzungsweisen, sodass Akteure, die in Staaten leben, wo sie unterdrückt sind und wo es ja einen sehr großen Informationskrieg nach innen gibt, sich dort auch austauschen können. Und ja, es ist schwierig, da selbst das Optimum zu finden. Diese Ambivalenz, die wird uns wohl wahrscheinlich eben immer umtreiben bei diesen Systemen, die, wie Sie sagen, eben zum einen die Möglichkeit bieten, als oppositionelle Kraft in Diktaturen beispielsweise eben das Wort zu ergreifen, aber eben auf der anderen Seite immer das Kippmoment auch in problematische Aktionen zu haben. Jetzt ist mir auch neulich untergekommen wieder, dass man ja seit den 2000er Jahren insbesondere diese Utopie des Global Village insbesondere mit der Informationstechnologie verbindet. Also Informationstechnologie ist in der Lage, Menschen miteinander über tausende von Kilometern eben durch alle Sozialschichten wie auch immer miteinander zu verbinden und einen demokratischen Diskurs zu ermöglichen. Und da stellt sich die Frage, ob das tatsächlich so ist, ihrer Wahrnehmung nach, oder ob so existierende Mechanismen und strukturelle Gewalt nicht noch verstärkt wird. Also schon allein der Zugang zu diesen Medien und so weiter. Wie würden Sie das sehen? Ist die Informationstechnologie jetzt tatsächlich etwas, was die Menschen einander näher bringt und dieser Utopie wirklich zur Realität verhilft? Oder ist es eigentlich eher etwas, was auch problematische Implikationen hat oder wie so oft von beiden ein bisschen? Ja, ich würde auch leider sagen, dass es wieder von beiden ein bisschen ist. Natürlich hat man Möglichkeiten, Grenzen zu überwinden und in Bereichen in Kontakt zu sein, wo man sonst überhaupt keine Ansprechpartner finden würde, Dinge ins Rollen zu bringen. Wir schauen uns beispielsweise den Arabischen Frühling an, der ja auch sehr stark vor gut zehn Jahren über soziale Medien mitorganisiert wurde. Dann aber auch wieder Schattenseiten hat, wie das die Handlungen durch Dritte und durch den Staat nachvollziehbar gemacht werden und auch eine Verfolgung vereinfacht wird. Genauso können wir uns auch den Diskurs über gewisse Themen anschauen. Da ist es ja toll, dass die Informationstechnologie und soziale Medien dort Plattformen für bieten. Auf der anderen Seite ist der Diskurs natürlich auch häufig sehr schnell so, dass er vergiftet ist, dass gewisse Akteure dort sehr stark aktiv sind und die lesbare Meinungen in einem Bereich drücken, wo sie vielleicht gar nicht existiert, das nicht nachvollzogen werden kann, ob sich hinter jedem Account tatsächlich auch eine Person befindet oder ob sich hinter einem Account auch sehr, sehr oder hinter vielen Accounts sich ein und die gleiche Person oder Gruppe befindet oder es letztendlich sogar automatisch generierte Nachrichten sind. Also ich kann nicht mehr sicherstellen, dass es der tatsächliche Diskurs ist oder nur noch das, was manche mit dem Diskurs machen möchten, ja ohne zu berücksichtigen, wie viele Personen tatsächlich der einen oder der anderen Meinung sind. Und welche Möglichkeiten gibt es für Sie, diesen Bots zum Beispiel auf den Grund zu gehen oder sie zu enttarnen, sie zu entlarven und den Diskurs vielleicht wieder ein bisschen gerechter zu machen, wenn man dieses aufgeladene Wort verwenden möchte? Ich meine, Bots zeichnen sich ja durch ein paar Eigenschaften aus, wo man sie beobachten kann, dass sie zum Beispiel auch sehr hyperaktiv sein können, das heißt sehr, sehr viele Nachrichten posten können. Es haben Studien gezeigt, dass die häufig auch im Internet findbare Bilder beinhalten als Profilfotos. Aber wenn man sich viele dieser Eigenschaften anschaut, stellt man auch fest, es ist wie bei der Vermeidung von Spam. Sobald es irgendwelche Eigenschaften gibt, die Spam haben soll, verändert sich der Spam eben ein bisschen und berücksicht diese Eigenschaften mit, sodass es nicht mehr nachvollziehbar ist. Beispielsweise ist es mittlerweile ja auch nicht mehr schwierig, Fotos und Profilfotos durch KI generieren zu lassen, die vielleicht hinreichend ähnlich oder die genauso aussehen wie tatsächliche Menschen, wo ich aber diese Fotos dann nicht im Internet finde. Und es ist auch möglich, das Verhalten an das von Menschen anzugleichen, dass ich also nicht mehr rund um die Uhr jede Minute 100 Posts irgendwo absetze, sondern mich den üblichen Nutzungsweisen Nutzungsweisen des Menschen annähere. Also das ist meiner Einschätzung nach sehr, sehr schwierig, das abschließend zu beantworten. Es ist, um diese Metapher aus dem Bereich Frieden und Krieg mal wieder zu nehmen, denke ich, eine Art Auf- und Abrüsten, beziehungsweise eher ein Aufrüsten. Es wird immer mehr versucht, die bestehenden Sicherheitsmechanismen zu umgehen und dann werden diese wieder angepasst. Aber es ist nicht absehbar, wann es so sein wird, dass sich tatsächlich nur noch die Personen, die dem entsprechen sollen, in den entsprechenden Gruppen befinden. Solange man es nicht so macht, dass sich nur noch Personen mit Ausweiskopie und ähnlichem anmelden können, was natürlich dann wieder die andere Kehrseite hätte, dass jeder 100 Prozent nachvollziehbar mit gewissen Posts in Verbindung gebracht werden könnte und ja, vielleicht auch juristisch verfolgt werden könnte. Sehen Sie dann eigentlich es so, dass der Mensch oder beziehungsweise die Grenze zwischen menschlichem und maschinengenerierten Diskurs eigentlich zunehmend fließend wird und man in unserer postmodernen Lebenswirklichkeit eigentlich gar nicht mehr richtige trennscharfe Linien ziehen kann, gerade durch solche Phänomene, wie Sie gerade beschrieben haben? Vollkommen. Und da kommen dann auch die Sprachmodelle wie Chat, GPT, die ich vorhin ja schon mal angesprochen habe, noch mit rein. Denn damit ist es ja sehr, sehr einfach, auch quasi zehn verschiedene Beiträge, die eigentlich alle das Gleiche aussagen, zu generieren und sie in den Diskurs einzubringen. Und auf einmal hat man das Gefühl als stiller Beobachter, dass eigentlich alle diese einen Meinung wären, obwohl es eigentlich nur eine einzige Person ist, die das vertritt. Das ist jetzt die Frage, ob man das als beängstigendes oder nicht beängstigendes Szenario wahrnimmt, wahrscheinlich einem jeden selbst überlassen und eben der eigenen Technikaffinität. Ich würde gerne so allmählich gegen Ende des Gesprächs mit Ihnen noch ein Thema anschneiden, das mich ganz besonders persönlich auch interessiert, nachdem man ja jetzt die Gelegenheit hat, mit einem Experten wie Ihnen zu sprechen. Wissenschaftliche und technische Entwicklungen, die scheinen ja eben, wie wir jetzt auch gerade in unserem Gespräch skizziert haben, irreversibel und unaufhaltsam und eigentlich immer nur noch zuzunehmen. Da wäre jetzt dann die Frage, die sich daran anschließt und eben ja auch eine Frage, die wir quasi ja auch mit unserer Ausstellung aufwerfen wollen, wie stellen Sie sich persönlich eigentlich die Zukunft vor? Also zum Beispiel das Erscheinungsbild von Städten in 100 Jahren im Verhältnis Mensch, Maschine, Mobilität, Wohnen, Leben. Was ist so Ihre persönliche Vision oder vielleicht auch Dystopie? Das ist eine sehr schwierige Frage. Darum habe ich Sie bis zum Ende aufgewogen. Genau. Sie hätten sich vielleicht am Anfang stellen können, da hätte ich mir die gesamte Zeit darüber Gedanken machen können. Aber ich hoffe, dass es zumindest immer noch so ist, dass der Mensch dort eine große Rolle spielt und sich die Technik an Punkten, wo sie hilfreich sein kann, zur Unterstützung hinauszieht und dass es nicht mehr oder dass es nicht an vielen Stellen zu einer Debatte der Maschinen untereinander gekommen ist. Genau. Ja, generell natürlich, dass ja die IT-Systeme, die ja für die Menschheit von großer Bedeutung sind, weil sie alle möglichen Aspekte des Lebens und der Arbeit digitalisieren und auch erst ermöglichen, sodass es beispielsweise möglich ist, ja, das Leben und die Arbeit gut miteinander zu kombinieren, dass das immer noch möglich ist und nicht die Maschine quasi den Menschen zu stark einschränkt oder vielmehr der Mensch sich durch Maschinen einschränken lässt. Auch ganz wichtig natürlich, dass der Mensch in der Lage ist, nach wie vor gewisse Entscheidungen zu treffen und nicht alles an die Maschine delegiert, wo dann Entscheidungen vielleicht nicht mehr im Interesse des Menschen getroffen werden, sondern einfach nur noch getroffen werden, weil sie von der Maschine oder durch irgendeinen Zufall mal irgendwann in den Algorithmus hineingekommen sind. Es gibt einige Beispiele dafür. Man könnte sich überlegen, wenn man den Rettungsdienst digitalisiert und auf einmal werden die Verletzten entweder alphabetisch oder nach Verletzungsgrad sortiert oder was auch immer, aber sie werden sortiert, dann hat das natürlich Einfluss darauf, wer wann behandelt wird und man muss sich dann solche Entscheidungen, wie die Sortierung der Person, sich darüber, also darüber muss man sich dann schon aktiv Gedanken machen, um es nicht dem, an den Algorithmus zu delegieren, der sich im Zweifelsfall gar keine Gedanken macht, sondern einfach die Standardsortierung dort einblendet. Das heißt, die Überlegung, wie Algorithmen von morgen gestaltet werden müssen, sind keine rein technischen Fragestellungen, sondern bedürfen eben ja ganz expliziter Gedankengänge und Debatten, um dann auch das herauszubekommen, was den Menschen tatsächlich hinterher weiterbringt. Aber das ist ja eben genau spannend, weil diese Debatten müssen ja eigentlich jetzt geführt werden, denn Sie haben gerade, wir haben über ChatGBT gesprochen und andere Algorithmen, die KI nimmt immer mehr zu und wenn es so ist, dass man sich die Frage stellt, bestimmt in 100 Jahren der Diskurs nur noch oder wird der Diskurs nur noch von Maschinen untereinander bestimmt oder kann der Mensch auch noch mitreden, dann sind wir ja eigentlich jetzt an einer Stelle oder an einem Punkt angekommen, wo spätestens dann eben solche Entscheidungen in die Wege geleitet werden müssen, dass die Handlungsmacht nicht abgegeben wird. Genau, ich meine an jeder Stelle, wo der, die Maschine dem Menschen, andersrum, an jeder Stelle, wo der Mensch der Maschine Entscheidungen abgibt, muss man überlegen, ob die Maschine dieser Entscheidung tatsächlich besser treffen kann. Das fängt bei so Dingen an wie mit dem Auto. Dort habe ich eins, was ein automatisches Abblendlicht hat und das geht aus, wenn jemand entgegenkommt. Das ist erstmal was Tolles. Das geht für meinen Geschmack aber deutlich zu spät an und ich habe keine Möglichkeit, es manuell früher einzuschalten. Und da hätte ich auch den Gedanken gehabt, die Maschine kann mich zwar manchmal unterstützen, aber manchmal möchte ich auch einfach wissen und sagen können, was besser ist oder was für mich besser ist, als das, was die Maschine mir vorschlägt. Und so geht es vielleicht an vielen Stellen und man merkt es noch nicht einmal, denn dass mir in sozialen Medien immer nur gleiche Nachrichten angezeigt werden und ich in eine Filterblase komme. Das ist ja erst einmal als Feature gemeint, weil das System verstanden hat, diese Nachrichten mag ich und es schlägt mir immer mehr vor. Es ist ja gar nicht originär gemeint als Bevormundung des Menschen, aber es ist letztendlich etwas, was darauf hinausläuft. Und da muss man eben auch manuelle Gegensteuerungsmöglichkeiten haben. Dann kann man nur hoffen, dass sich der Mensch dessen bewusst bleibt und eben auch wachsam bleibt mit den Geistern, die er rief. Vielleicht ist es dann am Ende doch wieder wie bei Goethes Zauberlehrling, dass man doch auch aufpassen sollte, was man in die Welt setzt und wie man vor allem damit verfährt. Denn wie Sie ja gesagt haben, natürlich ist es zum einen der Segen und irreversibel in die heutige Lebenswelt implementiert. Auf der anderen Seite bietet es eben auch sehr viele Risiken, die vielleicht noch gar nicht absehbar sind in ihrer ganzen Auswirkung. Ja, vollkommen. Zumindest muss eben auch der einzelne Mensch befähigt werden, solche Entscheidungen zu treffen und dass diese nicht nur bei den Facebooks dieser Welt getroffen werden und den Menschen hinterher vorgesetzt werden. Was für ein schönes Schlusswort, Herr Reuter. Und ich danke Ihnen sehr, sehr für dieses Gespräch und für die sehr interessanten Einblicke in Ihre Forschungstätigkeit, die, glaube ich, immer mehr an Relevanz und Virulenz gewinnt in der aktuellen gegenwärtigen Lebenswirklichkeit. Und wir danken Ihnen sehr und wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihrer Arbeit viel Erfolg haben und mit dem Projekt PSEC einen Guteil dazu beitragen können, dass Mensch und Maschine versöhnt miteinander leben können werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Fetisch Zukunft – Utopien der dritten Dimension Fetisch Zukunft – Utopien Fetisch Zukunft – Utopien der dritten Dimension Fetisch Zukunft – Utopien der dritten Dimension